Ja moin Jungs, da bin ich wieder euer Celie und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar möchte ich euch heute drei Easter Eggs zeigen. Ich denke mal von den drei Easter Eggs werden wahrscheinlich so, ich denke mal so die Hardcore Leute, die sich da informieren, werden wahrscheinlich schon zwei Stück kennen und eins davon bestimmt noch nicht. Allerdings muss ich auch sagen, dass zwei davon nicht wirklich Easter Eggs vielleicht in dem Sinn sind, sondern irgendwas Mysteriöses, was da in GTA 5 passiert. Und das möchte ich euch einfach jetzt mal zeigen und bevor ich jetzt lang rumlabere, fahre ich jetzt erstmal zu der ersten Location hin, wo das erste sogenannte Easter Egg sich befindet. Und zwar findet ihr das genau hier in Los Santos. Ob das Ganze auch im Online-Modus zu sehen ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe das Ganze in der Story ausprobiert. Deswegen auch der schicke DeLorean, mit dem ich da unterwegs bin, weil ich dachte mir, ich brauche natürlich das passende Vehikel für solche Sachen. Weil es geht so alles ein bisschen um Alien und Verschwörungstheorien und alles mögliche und da passt das Auto einfach so dazu. So, wenn ihr jetzt hier unten angekommen seid, so wie ich das jetzt hier gerade bin, dann fällt euch vielleicht da oben schon mal was, also farblich was anderes auf, dass es einfach so grün hervorstoßt. Und es sieht meiner Meinung nach aus wie das Dreieck, was auch auf dem Dollarschein drauf ist, also das Zeichen der Illuminaten. Also für die Leute, die gar nicht wissen, was die Illuminaten sind, die können das ja gerne mal bei Google eingeben und danach suchen. Für mich sind das einfach nur sehr, sehr reiche Leute mit sehr, sehr viel Geld, die einfach sehr, sehr viel, ja, oder ihr vieles Geld einfach noch viel mehr daraus machen wollen, genauso wie ihre Macht. Also einfach so eine wirtschaftliche Organisation, die hinter Verschwörungen und sowas steht. Aber, ja, der genaue Begriff müsst ihr einfach bei Wikipedia schauen. Das war jetzt nur meine persönliche Interpretation. Das Lustige an dem Easter Egg ist, ihr seht ja, es ist nicht immer da. Also wenn ihr dann ein bisschen weiter nach links läuft, verschwindet es, genauso wie die Wand oben. Und wenn ihr rechts hinläuft, dann seht ihr das wirklich ganz klar. Und ich finde einfach von der Farbe und von dem Dreieck her, ich blende es auch gerade die ganze Zeit schon ein, dann seht ihr mal, wie das im Original aussieht. Und ich finde es eigentlich sehr interessant, ob das jetzt einfach nur ein grafischer Spielfehler ist oder ob Rockstar sich dabei irgendwas gedacht hat, das kann ich euch leider nicht beantworten. So, wie ihr schon seht, bin ich jetzt an der zweiten Location angekommen. Die blende ich euch jetzt gerade auch nochmal hier ein. Und zwar, das ist in der Nähe vom Kino. Ja, ihr müsst einfach hier zu einem komischen UFO-Appen-Atom oder wie das auf der anderen Seite heißt und hier zum WTF-Alter, da ist ja auch das komische UFO drauf, wo ich irgendwie glaube, dass es ein Teil davon ja eine Rolle spielt, wie das UFO da in der Stadt platziert ist. Aber dazu später erstmal. Jetzt fahre ich erstmal da hinten rein. Habe mich natürlich erstmal beim ersten Mal verfahren, weil ich jetzt nicht genau wusste, wo sich das Ganze hier befindet. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen Sprung genau an die Location und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder in wenigen Sekunden. Also, ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht merken, weil der Schnitt so schnell geht, weil ich kann das nämlich. Ich habe das nämlich schon hier gemacht. So, kommen wir jetzt also nun zum zweiten spektakulären Easter Egg und dort ist es wirklich ganz wichtig, dass es wirklich zu einer bestimmten Uhrzeit ist. Das liegt wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, an der Sonneneinstrahlung, aber woher das genau kommt, kann ich euch nicht sagen. Also, wenn ihr da dort jetzt hinläuft und ihr seht da nichts, dann ist es wahrscheinlich zu früh. Ja, zu früh. Es fängt irgendwann in der Mittagszeit an und endet, sobald die Sonne untergegangen ist, also kurz bevor. Und ich muss jetzt auch hier mal ganz kurz mich eines kleinen Cheats bedienen, weil sonst seht ihr da ja nichts und ich möchte es ja euch unbedingt zeigen. Ich habe jetzt also mal die Uhr ein bisschen vorgedreht und ihr seht ja schon ungefähr, was da im Hintergrund eventuell reflektieren könnte. Also, es sind auf jeden Fall Reflektionen, aber woher die kommen, keine Ahnung. Also, ihr seht da jetzt schon so, ja, so gelbe Punkte oder ich, ja, so Lichter eher. Also, das Interessante ist wirklich an dem Easter Egg, es sieht auf der Konsole wieder komplett anders aus. Also, ihr seht ja schon, jetzt bewegt sich so komisch, also, woher und warum das das so macht, keine Ahnung, ihr seht auch so andere Muster. Es sieht meiner Meinung nach aus wie ein Gesicht oder wie Gesichter. Ihr seht ja auch schon auf der Uhrzeit, es ist jetzt 16.20 Uhr und auf der Konsole sieht es aber wirklich echt extrem anders aus. Also, da habe ich so das Gefühl, dass es wie so eine 4-Bit-Grafik auf dem Atari damals oder auf dem Commodore 64 ist, wo einfach so Laserschüsse symbolisieren. Aber hier auf dem PC oder auf der PC-Version sieht es einen Ticken anders aus. Ihr müsst das Ganze auch mal an der Konsole machen, weil dort sieht es meiner Meinung nach viel mehr so nach Alien-Gedönse aus. Aber hier kann ich es jetzt gar nicht mehr zuordnen. Und je nachdem, wie die Sonne steht, also wandert das Licht halt ein bisschen weiter nach oben, deswegen müssen es ja Reflektionen sein. Aber wenn ich mich jetzt mal so umschaue, so um die Gegend mir mal anschaue, dort gibt es eigentlich fast nichts, wo das Ganze hier reflektieren kann. Also, ihr seht ja schon, rechts hat man die komischen Gesichter oder die großen, hellen Punkte, sage ich mal, links die ganz kleinen und es wandert halt da nach oben, je nach Sonne natürlich. Und irgendwie ganz schlau werde ich eigentlich aus dem Lichterspiel nicht. Also, ihr könnt... Wirklich, probiert es das selber aus. Ihr seht ja schon, ich drehe mich jetzt mal um zum Gucken, woher könnte das denn reflektieren? Ich sehe da wirklich nichts, was irgendwie die Sonne so krass reflektiert, dass das, ja, an die Wand irgendwas projiziert. Weil ihr seht ja jetzt schon wieder, es wandert mit der Sonne, je nach Uhrzeit und daher liegt es auf jeden Fall an der Sonne. Aber ich werde aus dem Ganzen wirklich nicht schlau. Vielleicht habt ihr irgendwelche Informationen, aber ich finde, jetzt sieht man es deutlicher, die Gesichter. Ihr müsst mal rechts gucken. Es ist echt schwer, das draufzukriegen. Weil je nachdem, wie ich auch noch stehe, ändert sich das Ganze. Aber ich finde es extrem mysteriös. Und... Jetzt spaced es völlig ab. Also, wirklich, schaut da am besten mal selber hin. Ihr könnt mir ja dann in die Kommentare schreiben, wie bei meinem letzten Easter Egg, was ihr da gesehen habt oder was ihr empfunden habt. Am PC sieht es so aus und auf der Konsole kann ich sagen, wird es ganz anders aussehen. Und jetzt kommen da oben auch noch so Lichter und dann kommen noch so wie so, keine Ahnung, so Farbgelächse oder so. Also ich kann es wirklich absolut nicht einorten, was das Ganze hier für ein Lichterspiel sein soll. So, das war es auf jeden Fall hier mit dem Kleinen und jetzt kommen wir wirklich zu einem mega geilen Easter Egg. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das so der Burner sein wird, dass ihr keine Ahnung habt, was das ist und ihr es wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Ich würde mich natürlich übelst darüber freuen, wenn ihr es bei mir zum ersten Mal sehen würdet. Einfach nur, damit ihr es bei mir zum ersten Mal gesehen habt. Also Jungs, haltet euch fest, ich zeige euch jetzt gleich ein richtig geiles Easter Egg. So, und jetzt kommen wir zum spannenden Easter Egg Finale und ich hoffe natürlich, dass ihr es echt noch nicht kennt. Als Erler ist, jetzt müsst ihr jetzt erstmal hier an die Location, wo ich jetzt gerade bin. Ich zeige das euch jetzt gerade mal auf der Karte, weil es gibt doch vielleicht noch einen oder anderen Zuschauer, der noch nicht weiß, wo diese Location sich befindet. Gerade die Leute, die vielleicht gerade angefangen haben oder sich nicht so gut auskennen, oder Sandus. Auf jeden Fall, hier ist die Location, da müsst ihr es erstmal hin. Beziehungsweise, wenn ihr euch dort aufhält oder euch das anschaut, werdet ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Deswegen zeige ich euch das mal. Ihr könnt es euch anschauen, wenn ihr aber selber hingeht, werdet ihr das Ganze nicht sehen. Und zwar, das ist wirklich sehr, oder was heißt der, es ist extrem interessant. Da seht ihr die ganzen Illenköpfe und die ganzen Herzen und da seht ihr auch noch so einen weißen Kreis mit irgendwas Save Us, also Welcome Aliens und so. Das ist alles sehr interessant, aber es hat sich wahrscheinlich noch nie so einer richtig Gedanken gemacht, wie das Ganze aus der Luft aussieht und was man da vielleicht machen kann. Und das ist wirklich, meiner Meinung nach, ein richtig geiles Easter Egg. Also ich bin normalerweise nicht so der Freund von so krassen Easter Eggs, wo dann übelst gehypt ist auf so ein Easter Egg, aber auf das muss ich schon wirklich sagen, das habe ich extrem gefeiert. Ihr seht auch im Hintergrund, was die Aliens so alles machen in ihrer Freizeit. Aber betrachten wir das Ganze jetzt mal aus der Luft. So, ich habe mir jetzt erstmal einen krassen Cheat organisiert, um das Ganze mal wirklich perfekt aus der Luft zu betrachten. Und wenn ich jetzt so nach oben fliege, da ich jetzt weiß, was mich jetzt gleich erwartet, erkenne ich ja schon was. Aber wenn ihr euch jetzt einfach mal so drauf schaut, seht ihr da irgendwas, irgendwas Krasses oder was euch davor vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Also, ich finde es schon. Also ich zeige es euch jetzt wirklich mal ganz langsam und stelle es euch mal vor, so was ich da jetzt sehe. Und das müsst ihr wirklich mal drauf achten und das ist richtig geil. Weil ich zerstückele das Bild jetzt ein bisschen in Einzelteile und dann gibt es da noch so eine kleine Spiegelung und ihr werdet hoffentlich natürlich überrascht sein, was es dort zu sehen gibt. Also Hammer, auf jeden Fall. Und keine Angst, tut die Lautsprecher nicht nach oben. Ihr werdet am Ende des Videos nicht erschreckt. Also schauen wir uns doch dann mal das Bild hier mal genauer an. Ich schneide es jetzt mal in der Mitte einfach mal durch, wo ich denke, dass man es durchschneiden könnte und lege dann, also kopiere das Bild und lege dann das gleiche Bild nochmal drüber, aber in der Spiegelvariante. Also ich spiegele einfach das Bild an einer ganz bestimmten Stelle und wie ihr seht, bekommt ihr dann jetzt hier so ein krasses Gesicht hin. Also ich finde das so mega heftig krass. Und vor allem, wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, also klar, die Augen brauche ich euch nicht erklären, die Nase, der Mund, das denke ich mal, sieht jeder. Durch das Blaue sieht es aus, als ob es wie in einem Helm drin wäre. Hier oben auf dem Kopf hat er dann noch sowas wie so ein kleines Monster oder wie so ein Frosch mit so Zähnen und Augen, wo es selber auch noch Ohren hat, was einem so gar nicht aufgefallen wäre, durch die ganzen Zeichen von den Aliens. Dann habt ihr noch hier und dort die Schultern, wo dann aussieht, wo er vielleicht noch einen Schal oder sowas anhat und wirklich, es sieht so mega krass aus. Also, weiß nicht, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon kanntet, wenn nicht, würde ich mich natürlich tierisch freuen, dass ich es euch als erstes zeigen durfte. Und, ja, schaut euch das Bild einfach genauer an, gönnt es euch, genießt es und ich würde mal sagen, ich bin jetzt mal an der Stelle raus und wenn ihr öfter so krasse Easter Eggs von mir sehen möchtet, dann schreibt es natürlich auch in die Kommentare. Wurde mich natürlich tierisch über ein Like freuen, weil es wirklich extrem viel Arbeit war, das Video. Also, Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy. und ich bin jetzt ein bisschen und ich bin jetzt mit einem Vielen Dank.